Ich fühle mich ungerecht behandelt. Wenn sie mich argumentieren können, warum es so ist, dann fühle ich mich vielleicht anders. Aber im Moment bin ich einfach im Nachteil. Es geht eigentlich immer nur dasselbe. Warum müssen wir zahlen, wenn wir ... Und die anderen müssen nicht zahlen. Wir haben beide einen Umbau gemacht, am Anfang von der Strasse, das heisst vom Dorf her, gegen uns ausgerichtet, gegen die Durschläge-Strasse oder auch die Haag-Strasse. Das ist ja die andere Strasse. Was ist der Unterschied? Warum müssen wir und die anderen nicht?